Hi, welcome to our channel of IGNU Audiobooks, Indira Gandhi National Open University, School of Foreign Languages, SOFL, Diplomaprogrammes. Diplomaprogramme in Teaching German as a Foreign Language, DTG. DTG 004 unterrichten. Modul minus 4 unterrichten. Log eine Unterrichtsplanung. 1.0 Ziele. Nach der Lektie Ihre dieser Einheit können Sie Ihre Unterrichtsbedingungen analysieren, Ihre Unterrichtsplanung schriftlich in Form einer Skizze darstellen, Deutschunterricht zielgruppengerecht planen, Deutschunterricht zielgruppengerecht vorbereiten, Unterricht zielgruppengerecht erteilen. 1.1 EINFUHRUNG Inzwischen haben Sie viel Wissen über verschiedene Aspekte des Deutschunterrichts erworben. Damit ist sicher auch eine gewisse Vorstellung Uber Ihre kienftige Tattigkeit als Deutschlehrer verbunden. Aber was hat das eine, das Wissen über Aspekte des Unterrichts, mit dem anderen, dem tatsachlichen Unterrichten, zu tun? In der Einheit Unterrichtsbeobachtung, Modul 3, Block 3, konnten Sie schon einmal überlegen und Beobachten, wie theoretische Erkenntnisse Uber den Unterrichteingang in die Praxis finden. In dieser Einheit sollen Sie selbst versuchen, das, was Sie bisher gelät haben, als Grundlage für die Planung Ihrer eigenen Unterrichtsstunden zu benutzen. Dazu ist es gut, sich Noé einmal daran zu erinnern, was Sie Uber lehmen und lehren bereits aus den frieheren Einheiten wissen. Hier ein kleiner Auffrischung stest, der Sie daran erinnern, soli, dass Sie Ihre bisherigen Studienunterlagen bei der Unterrichtsplanung als Hilfe heranziehen sollten. Erste. Eine Interherenz ist ein Sprachfehler, der entsteht, wenn sich Elemente aus einer Sprache in eine andere einmischen. Zweite. Bei Lernstrategien handelt es sich Uhrenstrategien, die die Lehmenden einsetzen, Uhren etwas zu lehmen. Dritte. Es finden sich in der Regel auch Hinweise auf dem Cover, im Vorwort oder im Lehrerhandbuch darauf, an welcher Prüfung sich das Lehrwerk orientiert, beziehungsweise zu welcher Prüfung es hinfuhrt. Vierte. Das Wort, Wortschatz, bezieht sich auf alle Worter, die eine Person kennt oder benutzen kann. In einer Kultursprache werden 30.000 bis 100.000 Worter gesprochen und geschrieben, Domseif, 1933. Fünfte. Natürlich treten beim Fremdsprachlichen im Vergleich zum Muttersprachlichen Lesen zusätzliche Herausforderungen auf Uhren. Diese Herausforderungen erfolgreich meistens zu können, müssen wir einige zentrale Merkmale des Leseprozesses in der Fremdsprache verstehen. Sechste. Das Wahrnehmen durch das Sehorgan hat eine Grohl-3e-Bedeutung im Deutschunterricht. In wie ein Song berufen ist Planen ein wichtiger Bestandteil der Tattigkeit. Ingenieure entwerfen ihre Plane. Ein Modedesigner entwirft zunachst seine Schnittmuster oder Werbeleute. Planen ihre Werbekampagne und eine Hausfrau ihre Mahlzeiten am Tag. Sie können sehen, dass Planen zu verschiedenen Aspekten des Lebens gehort. Planen ist eine spezifische Handlung mit der Auswirkung auf die Anschliel-3-Ent stattfindende Handlung. Die Unterrichtsplanung findet vor dem Erteilen des Unterrichts statt. Zur Unterrichtsplanung gehort, dass Lehrende die Prozesse der Wissens- und Konnensvermittlung ihren Unterricht vorausdenken. Das gelingt am besten, wenn das Vorausdenken, das Planen, in systernatischen Planungsschritten erfolgt. Un diese geht es im folgenden Tipp. Ein Tipp für Sie ware, dass Sie bei in Bearbeiten dieser Einheit die Einheitsstrukturelemente des Deutschunterrichts, Modul 1, Block 4, Einheit 1, bei sich haben. Denn es werden hier häufig Begriffe auftauchen, die Sie dort bereits erklärt bekommen haben. Aufgabe 2 Hier sind einige Planungsschritte genannt. Entscheiden Sie, ob Sie diese Schritte am Anfang des Schuljahres unternehmen werden oder jedes Mal vor einer Unterrichtsstunde Begriehenden Sie Ihre Entscheidung a. Den Deutschlehrplan der Schule studieren b. Lernziele formulieren c. Das kurstragende Lehrwerk studieren bzw. analysieren d. Sozialformen bestimmen e. Den Lernstoff bestimmen f. Die Lerngruppe analysieren g. Folien vorbereiten h. Sich den Unterrichtsraum und dessen Ausstattung anschauen i. Feststellen, welche Medien dem Lehrenden zur Verfügung stehen j. An die Abwechslung im Unterricht denken k. An die Zeiteinteilung denken Planen kann auf mehreren Ebenen stattfinden die Kursplanung für ein ganzes Schuljahr basiert auf dem Lehrplan. Dort können aber nicht alle Details der einzelnen Stunden schon vorausgedacht werden. Es handelt sich eher um eine Grobplanung. Die Detailplanung für die einzelne Stunde dagegen, eine Lehrskizze, wird viel genauer sein. 1.2. Die LEHRSKIZZE Der Lehrende kann seine Unterrichtsplanung in Form einer Lehrskizze darstellen. Das ist eine Hilfe für den inhaltlichen Unterrichtsablauf. Eine Lehrskizze ist nicht nur für Auszubildende nutzlich, sondern auch für erfahrene Lehrer. Wenn Sie ein Lehranfanger sind, gibt Ihnen die Lehrskizze eine gewisse Sicherheit. Sie haben Ihre Planung in systematischer Form vor Augen. Lehrende haben Ihre individuellen, unterschiedlichen Formen der Skizzierung der Unterrichtsstunde. Einige schreiben einen wirklich ausführlichen Unterrichtsablauf, andere nur einen Notizzettel. Mit einem stichpunktartigen Stundenablauf. Eine Lehrskizze ist tabellarisch, oft in verschiedenen Spalten angeordnet. Wie erstellt man eine Lehrskizze? Was beinhaltet eine Lehrskizze? Auf der nachsten Seite sehen Sie ein Muster für eine Lehrskizze mit Mustereintragungen. Wie Sie dem Muster der Lehrskizze entnehmen können, ist es günstig, wenn die Lehrskizze folgende Angaben enthält. 1. Zeit Der Lehrende hat seine Unterrichtsstunde und die Phasen im Unterricht Zeitlich einzuteilen Hier muss er eintragen, wie viel Zeit er für eine bestimmte Phase eingepäsent hat. 2. Lernziele Hier wird eingetragen, was die Lernenden in dieser Phase der Unterrichtsstunde lernen sollen. 3. Lernen jaite Hier wird geschrieben, welche Strukturen, Inhalte, Redemittel etc. Gelernt werden müssen, um das Lehrziel zu erreichen. 4. Lerneaktivitäten In dieser Spalte tragt der Lehrende ein, was die Lernenden im Unterricht tun werden, um die Lernziele zu erreichen. 5. Lehreraktivitäten Hier tragt der Lehrende seine eigenen Aktivitäten ein, zum Beispiel Schüler motivieren, Schüler betreuen, Worter erkelaren etc. 6. Sozialformen Hier ist einzutragen, wie die Lernenden arbeiten sollen, um die Lernziele zu erreichen, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder im Plenum. 7. Medien und Hilfsmittel Hier wird beschrieben, welche Medien für die Unterrichtsstunde eingesetzt werden sollen, um die Lernziele zu erreichen, zum Beispiel Tafel, OHP, Beamer, Computer, CD-Player oder DVD-Player und Hilfsmittel wie Realien, Karten, Plakate etc. 8. Phasen Kommentar Hier schreibt der Lehrende, in welche Phasen die Unterrichtsstunde eingeteilt ist. Auch besondere Bemerkungen zu einem Schritt in Der Stunde konnte der Lehrende hier eintragen. Sie sehen nun ein Beispiel für eine Lehrskizze, die auf der Einheit 3 des Lehrwerks Genie et L basiert. Die Abbildungen 1 und 2 sind Grundlage für diese Unterrichtseinheit. Aufgabe 3 Nehmen wir an, Sie mochten die folgende Seite aus dem Lehrwerk Genie et J im V-Enterricht behandeln Wie würde Ihre Lehrskizze für die V-Enterrichtseinheit aussehen? 1.3 Modelle der Unterrichtsplanung Die Unterrichtsplanung beschreibt den Weg der Lehmenden durch eine Unterrichtseinheit hin zu einem Ziel. Deshalb steht die Bestimmung des Lehmziels am Beginn jeder. Unterrichtsplanung Aufgabe 4a Wenn Sie jern anderen die Frage stellen, warum er oder sie Deutsch lernt, was konnte? Er, sie H-Oxt wahrscheinlich als persönliches Ziel angeben? Kreuzen Sie an Urn-Dativ und Akkusativ zu R-N-Eistern Urn in einem deutschsprachigen Land arbeiten und leben zu können Urn den Gebrauch des Genitivs zu lernen Urn in einem deutschsprachigen Land zu studieren Urn-R-N eine Berufsaussichten zu verbessern Urn-Deutsche Propositionen zu lernen Urn-R-N-IT-Deutschen Korner nunizieren zu können Bestirn-Rind wurden Sie nicht ankreuzen Urn-Dativ und Akkusativ zu R-N-Eistern oder Urn den Gebrauch des Genitivs zu lähmen Denn diese Ziele sind keine persönlichen Lernziele der Lehmenden Versuchen Sie selbst einmal Die Frage Warum lähmen Sie Deutsch? Zu beantworten Auch Ihre eigene Antwort wird wahrscheinlich nicht lauten Urn-Deutsche Propositionen Zu 1 Emen Aufgabe 4b Wenn möglich, schauen Sie sich eines der folgenden Lehrwerke an und bestirnernen Sieh, was das Korner nunikative Lernziel VGJ Einheit 1.4.1 Strukturelemente des Deutschunterrichts Der Einheit ist I. Geni et L. Kursbuch AI Langenscheid Verlag 2002 S. 12-14 I. Wir Lehrbuch 1 Klett Verlag 2007 S. 44-51 I. Prima AI Band 1 Cornelsen Verlag 2007 S. 57-60 I. V. Planet AI I. Kursbuch 1 Hüber Verlag 2008 S. 68-71 Schon wenn Sie sich das Inhaltsverzeichnis eines dieser Lehrwerke anschauen, werden Sie feststellen können, was das Lehmziel der Einheit bzw. des Kapitels ist. Die erneisten Lehrwerke haben inzwischen komanunikative Lehmziele. Oft formulieren sie diese Lehmziele in Form von Kann-Beschreibungen, Can-Do-Statements, Wie sie der Gern einsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, Gär, Zusammenen gestellt hat. Hier die Gag kann Beschreibungen für die Stufe AI Am Ende der Stufe All Der Lehmende Kann vertraute, alltagliche Ausdrucke und ganz einfache Satze verstehen und Verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen Kann sich unten eher vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen Z. B. Wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben, und Kann aufragen dieser Art Antwort geben Kann sich auf einfache Art verstandigen, wenn die Gesprachspartnerinnen oder Gesprachspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen Beispiel Lernende kienen jemanden Begriff ein Bei der Unterrichtsplanung muss der Lehrende deshalb zunachst bestimmen, was das Kommunikative Lehmziel der Unterrichtsstunde ist Oft kann man das dem Benutzten Lehrwerk entnehmen In der Einheit Strukturelemente des Deutschunterrichts, Modul 1, Block 4, Einheit 1, haben sie schon gelät, wie man das Kommunikative Lernziel für eine Unterrichtsstunde formuliert, Nämlich, indem man beschreibt, was die Lehrenden am Ende der Unterrichtsstunde konnen sollen Zu Beginn der Unterrichtsplanung sollte Also genau beschrieben werden, was die Lehrenden am Ende der Unterrichtsstunde Konnen, Wissen, Sprechen, Schreiben und so weiter Sollen Auch bei dem Lernziel werden auch viele andere Aspekte bei der Unterrichtsplanung Beri gesichtigt Es gibt unterschiedliche Planungsmodelle, die Hinweise auf das Vorgehen und die Auswahl der wichtigsten Planungsaspekte geben 1.3.1 Das Modell der didaktischen Analyse Die Lehrskizze, die Sie als Beispiel in Aufgabe 3 ergänzt haben, ist an dem Model Der didaktischen Analyse, Modell da, orientiert, eine ausführliche Darstellung findet sich in Bimmel, Kast, 9er 2003, Kapitel Z, L Nach diesem Modell sollte sich der Lehrende Bei der Unterrichtsplanung einige Fragen stellen, zu denen er Entscheidungen trifft Das Modell gibt auch einen Vorschlag für eine optimale Reihenfolge der Entscheidungen bei Der Unterrichtsplanung Nach dem Modell da sind bei der Unterrichtsplanung folgende Entscheidungen zu Treffen A. Was muss der Lehrer die Lehrerin in der Stunde tun? B. Wie einstche Medienhilfsmittel, zum Beispiel CD-Player, Bucher, Karten, Folien, braucht der Lehrer die Lehrerin? C. Was sollen die Schüler lehmen? D. Arbeiten die Schüler individuell, in Gruppen oder? Fragezeichen E. Was sollen die Schüler tun? F. Mit wie ein Scam-Material, zum Beispiel Text, Arbeitsblatt, Hortext, Foto, Aufgabe, wird gearbeitet? Aufgabe 5 Welche Entscheidungsfragen oben passen zu welch EM-Fachbegriff? Bitte ordnen Sie zu 1. Lernziel 2. Lernaktivitäten 3. Sozialformen 4. Material 5. Medien 6. Aktivitäten der Lehrperson, des Lehrenden Nach DI-11-Mode Uda-Sute die Frage Was sollen die Schüler lernen? Zuallererst beantwortet werden, denn der Lehrende hat die Aufgabe sicherzusteuern, dass die Lernenden am Ende der Stunde, wie ITER, sind als vorher. Das heilt, am Ende. Der Stunde können sich die Lernenden besser ausdrucken, mundlich oder schriftlich. Oder Sie wissen nun etwas, was Sie vor der Unterrichtsstunde nicht wussten. Als Nachstäs gilt's, sich das Vorwissen der Lernenden bewusst zu machen. Was können bzw. wissen die Lernenden schon? Das HI-BT, der Lehrende muss sich fragen. Was ist die Ausgangssituation der Lernenden? Was Deutsch angeht, wo stehen die Lernenden? Nun kann die Frage beantwortet werden. Was wollen die Lernenden lernen? Das bedeutet, wie lautet das konkrete Lernziel? Am Ende der Unterrichtsstunde wissen die Lernenden etwas, was sie vor der Unterrichtsstunde nicht wussten. Das HI-III-T, der Lehrende vertieft bzw. erweitert, den Kenntnisstand der Lernenden. Ein Lernziel in diesem Zusammenhang konnte. Zum Beispiel, so lauten, am Ende der Unterrichtsstunde wissen die Lernenden etwas überwichtige Feste. In Deutschland, am Ende der Unterrichtsstunde können die Lernenden etwas, was sie vor der Unterrichtsstunde nicht konnten. Das HI-III-T, das Lernziel hat etwas mit dem, oben, von Fertigkeiten zu tun. Ein Lernziel im Bereich der Fertigkeiten konnte so lauten. Die Lernenden können am Ende der Stunde ihr eigenes Zimmer beschreiben. Lernziele beziehen sich auch auf Haltungen. Der Lehrende will, dass nach der Unterrichtsstunde Lernende etwas vielen, finden oder wollen, was sie vor der Stunde nicht fuhlten, fanden oder wauten. Viele denken zum Beispiel, dass Deutsche sehr grob sind, denn sie sind sehr direkt. Das ist ein Vorurteil. Wenn der Lehrende dieses Thema im Unterricht behandelt und versucht, den Lernenden zu erkelaren, warum Deutsche so direkt sind und dass das nicht unbedingt etwas mit Unhoflichkeit zu tun hat, kann es zur Anderung der Einstellung fuhren. Das Lernziel konnte sein. Am Ende der Stunde haben die Lernenden ihr Bad von den Deutschen relativiert. Nachdem der Lehrende bei der Unterrichtsplanung das Lernziel der Unterrichtsstunde festgelegt hat, so Elfter nach dem Mode 11 da als zweites die Frage beantworten. Was sollen die Lernenden tun, um das Lernziel zu erreichen? Dass H3T, der Lehrende so Elf nun an Lernaktivitäten in der Unterrichtsstunde denken. Aufgabe 7 Schauen Sie sich nochmals das Beispiel aus dem Lehrwerk Geni at J Aufgabe 6. Abbildungen 5 und 6 an Überlegen Sie, wie die Lernenden das Lernziel am besten erreichen können, welche Lernaktivitäten sind hier vorgesehen, ohne das Lernziel zu erreichen? Beispiel Die Lernenden erreichen das Lernziel, indem sie die Aufgaben zum Text machen, indem sie die Bilder zu dem Text beschreiben, indem sie den Text lesen, indem sie Die Fragezeichen, die nachste Entscheidungsfrage, die der Lehrende nun zu beantworten hat, ist die Frage Wie arbeiten die Schliller? Individuell, in Gruppen, oder? Fragezeichen, Anführungszeichen Das H3T, der Lehrende denkt nun an die Arbeitsformen bzw. Sozialformen, wie sie in der Einheitsstrukturelemente des Deutschunterrichts, Modul T, Block 4, Einheit 1. Schon erfahren haben, gibt es verschiedene Sozialformen, die in der Unterrichtsstunde abwechselnd eingesetzt werden können, man unterscheidet Hauptsachlich folgende Sozialformen 1. Frontalunterricht 2. Gruppenarbeit 3. Partnerarbeit 4. Einzelarbeit Je nach der Sozialform wandeln sich die Rollen der Lehrenden und der Lehrenden im Unterricht Bei der Sozialform Frontalunterricht steht der Lehrende im Mittelpunkt und vermittelt das Wesen Der Lehrende plant, moderiert und kontrolliert den Unterricht und entscheidet, wer wann spricht Zu den Vorteilen dieser Sozialform gehort, dass der Lehrende die Frage-Antwort-Aktivitäten im Voraus planen kann Au J3 Erdem kann er Davor sorgen, dass das Lehmbziel der Unterrichtsstunde nicht vernachlassigt wird Und Mit Hilfe des Frontalunterrichts lasst sich eventuell auch Unterrichtszeit sparen Denn so Kann ein Lehrender der ganzen LEM-Gruppe gleichzeitig etwas vermitteln Aufgabe 8a Über welche Fähigkeiten sollten Lehrende für den Frontalunterricht verfugen? Tilde Aufgabe 8b Oben sind einige Vorteile des Frontalunterrichts dargestellt Es gibt aber auch Grenzen dieser Sozialform Welche Nachteile konnte diese Sozialform haben? Nennen sie mindestens zwei Bei der Gruppenarbeit arbeiten drei oder mehr Lehrende zusammen und erledigen Mehr oder weniger selbst dann nicht die Aufgaben bzw. U-Bungen Je nach Gruppengrofs Unterscheidet man Klein- und Grolig-Ruppe Bei der Gruppenarbeit entsteht ein Dynamischer Lernprozess, den man im Fremdsprachenunterricht nutzen kann Gruppenarbeit schafft eine starke Interaktion zwischen Gruppenmitgliedem, wenn sie Zusammen eine Aufgabe losen Es entwickelt sich eine starke Beziehung zueinander Was nicht der Fall ist, wenn man Frontalunterricht hat Auch auf der psychischen Ebene Hilft die Gruppenarbeit sehr, denn bei einer Gruppenarbeit verlieren die Schwacheren Ihre Hemmungen und die Starkeren übernehmen die Rolle des Betreuers Die Gruppe trifft ihre Entscheidungen selbst und steuert die Arbeit selbst Die Gruppenmitglieder Unterstützen einander, lehmen voneinander und erreichen gemeinsam das Lernziel Genau wie bei der Gruppenarbeit ist auch bei der Partnerarbeit eine rege Interaktion unter Lehmenden möglich Hier arbeiten zwei Lehmende zusammen Lehmende unterstützen einander und erledigen den Arbeitsauftrag Die Kommunikation zwischen Partnern ermöglicht, dass der Lernprozess vereinfacht und dadurch beschleunigt wird Bei der Partnerarbeit bekommen beide Partner mehr oder weniger die gleichen Chancen mit der Fremdsprache, die sie lehmen, zu experimentieren und zu lehmen Aufgaben, wo zwei Gemeinsam schriftlich oder mundlich ein Problemlosen, verlangen Partnerarbeit Die vierte Grundform der Sozialformen ist die Einzelarbeit Der Name ist selbst Erkel Arendt Die Lehmenden bearbeiten die Aufgaben allein Die Lehrenden U bemehmen die Betreuung und Beratung Diese Sozialform wird normalerweise dann eingesetzt, wenn die einzelnen Lehmenden ihre Leistungen zeigen müssen Die Einzelarbeit bietet den Lehmenden Gelegenheit zu zeigen, was und wie viel sie können Diese vier Sozialformen sind als Grundarbeitsformen zu verstehen Lehrende können diese Grundarbeitsformen kombinieren Sie müssen bei der Unterrichtsplanung Entscheiden, für welche Aufgabe welche Sozialform am effektivsten ist Mit welcher Sozialform kann das Erreichen des Lehmziels gesichert werden In einer Unterrichtsstunde Bestimmt haben sie dem Beispiel entnommen, dass das Lehrwerk selbst den Lehrenden Den Hinweis gibt, welche Sozialform für welche Aufgabe geeignet ware So findet sich Bei Aufgabe 4 Wie in the Memory Des Beispiels die Anweisung Spielt in Gruppen In Punkt Einigen Lehrwerken findet auch man Symbole Hier sind zwei Beispiele Nach dem Modell da hat der Lehrer nun die folgende Entscheidungsfrage zu Beantworten Mit welch EM-Material arbeiten die Lernenden in der Unterrichtsstunde? Bei der vierten Entscheidungsfrage geht es darum, dass die Lehrenden nun entscheiden Womit bzw. mit welchem Material die Lernaktivitäten durchgeführt werden Materialien, die sie für ihre Unterrichtsstunde wahlen, setzen eventuell Bestimmte Sozialformen voraus Und losen bestimmte Lehmaktivitäten aus Materialien können Lesetexte, Hortexte oder Ubung und Aufgaben sein Es können auch Realien sein, die sie im Unterricht einsetzen Nehmen wir an, sie mochten das Thema Reisen im Unterricht behandeln Ihr Lehmziel Der Stunde ist Die Lernenden Kienen am Ende der Unterrichtsstunde Urlaubsorte beschreiben Reiseziele auswählen Die nachste wichtige Entscheidungsfrage ist dann die nach Medien und Hilfsmitteln Welche Medien bzw. Hilfsmittel, siebter ob CD-Player, Biercher, Karten, Folien Braucht der Lehrer die Lehrerin? Nachdem man sich entschieden hat, wie einstchen Materialien man braucht, uhren das Lehmziel Zu erreichen, muss man sich jetzt entscheiden, mit wie einstchen Medien bzw. Hilfsmitteln, diese im Unterricht dargeboten werden sollen Sie können Unterrichtsmaterial in Form von Karten, Arbeitsblattern oder als Hortext auf CD darbieten Es kann auch das Lehrwerk oder eine Ubung auf einer Folie sein Folien, Karten, CD-Player, OHP, DVD-Player, Arbeitsblatter, Pinnwande etc. sind einige der Medien bzw. Hilfsmittel, die im Unterricht oft eingesetzt werden Die Wahl der Medien und Hilfsmittel hangt z.B. vom Lernziel, von Lernaktivitäten und auch der Sozialform ab und natürlich davon, welche Ausstattung ihre Schule oder ihr Klassenraum hat Wenn Sie die Frage nach den Medien und Hilfsmitteln geklart haben, sollten Sie nun an Sich selbst denken Sie treffen jetzt die Entscheidung Was muss ich selbst als Lehrer-Lehrerin im Unterricht tun? Aufgabe H Bitte geben Sie Greened an, weshalb Lehrende bei der Unterrichtsplanung an Sie Selbst zuletzt denken Souten? Nennen Sie mindestens zwei Greened Aufgabe LLB Schauen Sie sich das Beispiel für die Aufgabe 9, Abbildungen 7, 8 und 9 aus Planet 3 Noch einmal an Was muss der Lehrende machen, wenn die Lernenden die Aufgabe 2a und 2b in Dies EM-Beispiel bearbeiten? Beispiel Anweisungen geben Lernenden helfen 1.3.2 Das Modell von H.E.PIPO H.E.PIPO schlagt ein Planungsschema vor, das auf Inhalte ausgerichtet ist PIPO 2001 838 bis 839 Das tabellarische Schema sieht folgenderma 13 ONG aus Festgelegt werden müssen Es gibt aber Unterrichtssituationen, in denen wir Ihnen Empfehlen wurden, auch trotz vieler Unterrichtserfahrung genau zu planen, so zum Beispiel Wenn Sie eine neue Klasse I bemehmen Wenn das Lehrwerk oder der Lehrplan sich andert Au Berdem gibt es einzelne Aspekte des Unterrichts, bei denen es gut ware, sich vorher Genau zu Werke wissen, wie der Unterricht ablaufen soll So soll einst denn Sie zum Beispiel Neue, Ihnen, bisher unbekannte Texte, die Sie im Unterricht benutzen, immer genau durcharbeiten Und im Hinblick auf die Voraussetzungen im Bereich von Wortschatz, Grammatik und Landeskunde überprüfen 1.4 UNTERRICHTSPHASEN Bei der Unterrichtsplanung spielt es eine grobe Rolle, dass Sie Ihre Unterrichtseinheit Richtig Struktur führen Mit Hilfe des Modells der didaktischen Analyse haben Sie erfahren, wie Sie Ihren Unterricht effektiv und attraktiv gestalten können Dabei haben Sie einige wichtige Entscheidungen für Ihre Unterrichtsstunde getroffen Ihre Unterrichtsplanung ist aber Erst dann vollständig, wenn Sie Ihre Unterrichtsstunde strukturieren, indem Sie die Unterrichtsstunde in einzelne Phasen einteilen In der Einheit Strukturelemente des Deutschunterrichts, Moduli, Block 4, Einheit 1, Abschnitt 1.2.9, haben Sie schon erfahren, wie der Unterrichtsablauf in verschiedene Phasen unterteilt werden kann Diese Phasen sind Ihnen bereits bekannt Einstieg oder Einfuhrung Präsentation Semantisierung Bewusstmachung Systematisierung Uben Anwendung Transfer Für jede Phase Für jede Phase muss der Lehrende Entscheidungen nach den Entscheidungsfragen der Didaktischen Analyse treffen, also eine Feinplanung Wo memen D H Für jede Phase Muss der Lehrende ein Lehmziel festlegen Er muss entscheiden, was die Lehmenden in Dieser Phase tun und wie sie arbeiten werden, allein oder in einer Gruppe All drei Erdern Muss er auch daran denken, welche Materialien und eventuell Welche Medien bzw. Hilfsanittel Er gebrauchen wird Und zuletzt er in USSR auch an seine eigenen Aktivitäten warent der Jeweiligen Phase denken Neuere Lehrwerke erleichtern Ihnen die Unterrichtsplanung, indem das Material Entsprechend den Unterrichtsphasen angeordnet ist Wenn Sie ein Lehrwerk anschauen, werden Sie feststellen, dass kein neueres Lehrwerk eine Lektion mit einer Aufwischtung F Der grammanatischen Themen in der Lektion anfangt Fast alle fangen R N I T Bildem Zeichnungen, Abbildungen von Realien, Schaubildem, Kollagen, Spriechen, Slogans etc. an Wozu dienen diese? Sie können sehr gut als Einführung für eine Auf-WDRM-Phase Genutzt werden, uhrenspielerisch das Vorwissen der Lehmenden zu aktivieren Die Auf-Warm-Phase schafft eine Stirnmung im Unterricht, bei der die Lämpereitschaft der Lehmenden erholt wird Da die normalen Unterrichtsstunden an indischen Schulen nur 35 Minuten dauern, ist in der Regel wenig Zeit für eine solche Einführungsphase Es ist sinnvoll, den Kurskoordinator um Doppelstunden zu bitten, denn so können Sie Ihre Phasen gut planen Die Auf-Warm-Phase ist Bestandteil der Einführungsphase, die dazu Dient, das neue Thema vorzuentlasten, die Neugier der Lehmenden zu wecken oder ihr Vorwissen zu aktivieren Schauen Sie sich das Beispiel aus Aufgabe 10, Abbildungen 12, 13 und 14, aus den Lehrwerk Team Deutsch bitte nö einanl an Das Bild und Die Musik, die Worter und Danit verbundenen Aufgaben bereiten die Lehmenden auf das Vor, was Sparta kommt Das Darbieten der Inhalte, Sprache, Landeskunde, geschieht in der PR-Desentationsphase Die Präsentation kann unter anderem Mit Hilfe eines Lesetextes oder eines Hortextes erfolgen, der Den neuen Wortschatz oder die neuen Strukturen enthalt, die Sie in der Einführungsphase schon vorentlastet haben In unserem Beispiel aus Team Deutsch finden Sie drei Lesetexte aus Prospekten, U-Bung 2 Die erste Aufgabe zu diesen Texten ist, dass die Lehmenden in Partnerarbeit herausfinden sollen, wo die beschriebenen Urlaubsorte liegen Das Hi-BT, dass der Fokus zunachst auf der Landeskunde und dem Verstehen der Texte mit Hilfe von Lesestrategien, Uber fickt die Prospekte und Sucht Ist gleich selektives Lesen Liegt Es gibt verschiedene Präsentationstechniken für H6R und Lesetexte Im Fremdsprinunterricht werden oft folgende Techniken benutzt Uhren einen Hortext zu Präsentieren Der Lehrende liest den Text vor, die Lehmenden Horen IHRN zu, die Biecher bleiben Zu Der Lehrende verteilt vor dem Unterricht die Rollen und die Ausgewahlten Lehrenden tragen den Hortext vor, indem sie ihn pantomimisch darstellen und die Anderen Lehrenden raten, was die Schauspieler sagen Die Lehrenden lesen den Dialog der Klasse vor Bucher zu oder offen Die Lehrenden Horen sich bei geschlossenen Buchem den Hortext von einer CD an Die Lehrenden Horen und sehen mit Hilfe einer DVD den Text Die Bucher sind noch zu Die Lehrenden Horen und sehen mit Hilfe einer DVD den Text Die Bucher sind Offen Aufgabe 14 Denken Sie zurtig an die Zeit, als Sie Deutsch gelernt haben Welche Präsentationstechniken für Lesetexte haben Ihre Deutschlehrer benutzt? Nennen Sie mindestens drei Tipp Wenn Sie die Gelegenheit bekommen, im Deutschunterricht eines erfahrenen Lehrenden zu hospitieren, dann sammeln Sie Ideen für Techniken für die Einfuhrungsphase Techniken für die Präsentationsphase Nun kommen wir zur Semantisierungsphase Wie Sie schon wissen, geht es bei der Semantisierungsphase darum, dass die Lehrenden den präsentierten Lese- oder Hortext auf Satz- und Wortebene verstehen In dieser Phase sollen Sie verstehen, was Sie bisher Nö nicht verstanden haben Das können die neuen sprachlichen Einheiten oder auch der neue Wortschatz sein Allerdings geht es hier nicht um die Regelfindung Neue grammatische Strukturen sollten in dieser Phase noch aus dem Kontext verstanden werden Wenn es in der Unterrichtsstunde neben dem eingeführten Thema auch darum geht grammatische Phänomene einzufuhren oder grammatische Regeln zu vermitteln dann planen Sie als Nachstest die Systematisierungs- bzw. Bewusstmachungsphase In der Systematisierungsphase werden die neuen Strukturen herausgearbeitet und analysiert Zum Beispiel kann es sein, dass Sie den Lehrenden beibringen mochten, wie Sie eine Postkarte aus dem Urlaub schreiben können, die typischen Strukturen für Postkarten werden jetzt aus einem Lesetext herausgelesen, gesammelt, geordnet und dann systematisiert Im Block Grammatik, Modul 3, Block 1, haben Sie schon gelät, wie wichtig es ist, wenn lähmende grammatische Regeln selbst entdecken Das bedeutet, dass Sie die sprachlichen Phänomene, die Sie in einem Text finden, sammeln, es ordnen, null, und systematisieren, es Für die Einführung neuer grammatischer Aspekte empfiehlt sich dieses SOS-Verfahren, da die Lehrenden aktiv an der Systematisierung beteiligt sind damit neue Strukturen, neue Worte und so weiter im Gedachtnis verankert und auch wieder aktiviert werden können, muss goibt werden In der Übungsphase geht es also um das Einhuben der neu erlämten Strukturen und sprachlichen Mittel Bei der Unterrichtsplanung, kann man diese Phase wie folgt unterteilen Stark gesteuerte U-Bungen Gesteuerte U-Bungen Freie U-Bungen Anwendung Am Anfang ist es sinnvoll, mit leichteren U-Bungen die neuen Strukturen zu wiederholen So iche U-Bungen sind stark gesteuert, damit sie den Lämmstoff gezielt ins Zentrum rucken Als Nachstees werden die U-Bungen gemacht, die nicht so stark gesteuert sind und zur Festigung der neu erlämten Regeln oder Strukturen dienen In der Anwendungsphase, Transferphase, wird das Gelämte auf neue Kontexte und Situationen ubertragen Hier handelt es sich dann uhrenfreie U-Bungen, Anwendungshubungen Aufgabe 15a In den Abbild-Tiengen 15 bis 22 sehen Sie verschiedene Teile einer U-Bungssequenz aus Dem Lehrwerk Wir Ordnen Sie diese den folgenden Phasen zu Einstieg, Einführung, Präsentation, Semantisierung, Systematisierung, Bewusstmachung, U-Ben, Transfer Natürlich müssen nicht alle Unterrichtsphasen in einer einzigen Unterrichtsstunde vorkommen, zum einen, weil die Schulstunden kurz sind, zum andem aber auch, weil es nötig ist, bestimmte Phasen zu vertiefen Das kann etwa bei grammatischen oder landeskundlichen Themen oder bei langeren Texten der Fall sein Die Gefahr, wenn alle Phasen in eine einzige Stunde heimingepackt werden, ist, dass die Anwendungsphase zu kurz kommt Allerdings ist es für die Lehmenden auch wichtig, dass die Zeitspanne zwischen Einführung und oben Anwenden nicht zu lang dauert, damit sie nicht das Lehmziel aus den Augen verlieren 1.5 Einflussfaktoren BEL der Unterrichtsplanung Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Lehrende schon vor dem Schuljahrsbeginn analysieren sollten und die Sparter die tagliche Unterrichtsplanung beeinflussen können Das kurstragende Lehrwerk kann ihre Unterrichtsplanung unmittelbar oder aber auch mittelbar beeinflussen Sie sollten vor Beginn des Schuljahres das Lehrwerk genau studieren und versuchen festzustellen, welcher Methode es verpflichtet ist Denken Sie auch daran, ob das Lehrwerk, das Sie benutzen werden, zu dem Lehrplan für Ihre Klassenstufe passt Davor ist es deshalb auch notwendig, dass Sie schon vor Beginn des Schuljahres den Lehrplan für Ihre Klassenstufe besorgen und ihn genau studieren Ein Lehrplan gibt normalerweise Informationen darüber, wie der zu lehmende Stoff Uber das Schuljahr verteilt ist Er enthält unter anderem Informationen zu Kurszielen, zum Lämmstoff an zu den Unterrichtseinheiten pro Woche und pro Jahr Der wohl wichtigste Faktor sind die lehmenden Für die Unterrichtsplanung ist es all's erst Hilfreich, dass sich Lehrende schon vorher Uber ihre jeweilige Lerngruppe informieren Wenn Sie Ihre Lerngruppe kennenlernen mochten, beschaffen Sie sich Informationen Iber Alter der Lehmenden Muttersprache der Lehmenden Fremdsprachen, wie viele? Warum Deutsch? Vorkenntnisse der deutschen Sprache? Interessen und Erwartungen der Lerngruppe Motivation für Deutsch Besondere Fähigkeiten der einzelnen Lehmenden in der Gruppe Informationen zu diesen Punkten können Ihre Unterrichtsvorbereitung unterstützen Denn so können Sie bei der Unterrichtsplanung Rücksicht auf die Wunsche und Persönlichen Lehmziele der Lehmenden nehmen Ebenso wichtig sind Informationen Uber die Lehr- bzw. Unterrichtssituation in der Schule, wo Sie Deutsch unterrichten, werden Dabei ist es wichtig, sich nach folgendem zu erkundigen Wie grob ist Ihre LEM-Gruppe? Wie viele Unterrichtseinheiten pro Woche sind im Lehrplan für den Deutschunterricht? Vorgesehen? Welchen Stellenwert hat Deutsch im gesamten Lehrplan Ihrer Kursstufe? Wie viele Unterrichtseinheiten für Deutsch sind für die ganze LEM-Stufe geplant? Wie sieht der Unterrichtsraum aus? Wie ist der Raum ausgestattet? Welche Medien stehen zur Verfügung? Welche Medien lassen sich auf Wunsch besorgen? Gibt es eine Lehrerhand-Bibliothek für Deutsch? Wie ist die Sitzordnung in dem Unterrichtsraum? Kann die Sitzordnung je nach der Arbeitsform, Sozialform, geändert werden? Aufgabe 16 Überlegen Sie, warum es wichtig für einen Lehrenden ist, sich über seine Lehr- bzw. Unterrichtssituation zu informieren Nennen Sie mindestens drei Green-D Auch das Bewertungssystem in der Schule kann Ihre Kursplanung und eventuell Ihre Unterrichtsplanung beeinflussen Es lohnt sich, schon am Anfang herauszufinden, wie das Bewertungssystem für Ihren Kurs gestaltet ist Sie sollten wissen, wie das Schuljahr aufgeteilt ist, wann und wie oft schriftliche Tests bzw. Prüfungen stattfinden, wie die Leistungen beurteilt werden und ob es ein Notensystem oder ein Punktesystem gibt All diese Faktoren beeinflussen sowohl Ihre Kursplanung als auch Ihre tagliche Unterrichtsvorbereitung bzw. Planung Es gibt aber noch weitere Faktoren, die Ihre Unterrichtsplanung beeinflussen können Informationen darüber können Sie erst nach dem Beginn des Kurses einholen So ist es zum Beispiel sehr wichtig festzustellen, was für Lernertypen Sie in Ihrem Unterricht haben Dies sollten Sie so bald wie möglich herausfinden, denn Uhren differenziert unterrichten Zu können, brauchen Sie diese Information Naheres zu den Lehmertypen finden Sie in Einheit Lernen Lernen, Modul L, Block 2, Einheit 3 Was Ihre LEM-Gruppe angeht, sind auch folgende Aspekte wichtig Der soziokulturelle Hintergrund Die familiaren Voraussetzungen Die Bezugspersonen Sonderprobleme einzelner Lähmenden Die Beziehungen der Lähmenden untereinander, wenn die Klasse schon lange Zusammen ist Die Zusammensetzung der LEM-Gruppe Anzahl, Geschlecht, Sprachen etc. Wenn Sie Informationen zu all diesen Punkten eingeholt haben, werden Sie selbst Merken, dass Sie schon ein gewisses Bild von Ihrer LEM-Gruppe haben Nun können Sie mit der taglichen LEM-O-orientierten Unterrichtsvorbereitung anfangen 1.6 Z IEL-G-R-U-P-P-E-N-G-E-R-E-C-H-T unterrichten Was H3C1-Gruppengerecht unterrichten A1S-Lehrende müssen Sie wissen, dass jede LEM-Gruppe oder jede K1-Assen-Zusammensetzung anders ist Was für eine Gruppe interessant ist, ist nicht unbedingt interessant Für eine andere Gruppe Was bei einer Gruppe K1-APPT, muss nicht unbedingt bei einer Anderen Gruppe K1-Appen Was bei einer Gruppe gut funktioniert, kann bei einer anderen Gruppe zu Frustration oder sogar Denkblockaden vieren Um den Schulen das LEM-M zu erleichtern bzw. interessanter zu machen, ist es notwendig Die Unterrichts-Pi1-Anung je nach Gruppe flexibel 1 zu gestalten Das C1-Gruppengerechte Unterrichten kann man so definieren Dass Ihre Unterrichts-Pi1-Anung 1-Emer zentriert ist Dass die C1-E der LEM-Menden die Basis für Ihre Unterrichts-Pi1-Anung B1-D-N Dass das Lehrwerk, mit dem Sie Deutsch unterrichten, C1-Gruppengerecht ist, das heißt Wenn Sie Jugend 1-Iche im Alter von 13 bis 14 unterrichten, dann können Sie nicht Mit einem Lehrwerk arbeiten, das für Kinder gedacht ist, wie zum Beispiel Das Lehrwerk Planetino, oder für Erwachsene, wie zum Beispiel 1 Berliner Platz Dass die deutsche Sprache, die Sie im Unterricht zum Kommunizieren benutzen Dem Niveau der LEM-Gruppe entspricht Dass Sie für die Arbeitsblatter, die Sie im Unterricht benutzen, eine C1-Gruppengerechte Sprache verwenden Dass Ihre P1-Anung alle LEM-Typen berlich sichtigt Dass die Themes, die Sie im Unterricht behande 1N, C1-Gruppengerecht sind und den Wunschen der Lernenden entsprechen Dass Ihre Unterrichts-Pi1-Anung die Interessen der LEM-Menden berlich sichtigt Zu einer flexiblen Unterrichtsplanung gehört auch, dass Sie sich überlegen, wie Sie Weitermachen können, wenn etwas im Unterricht nicht so funktioniert oder anders Ablauft als geplant Hier finden Sie einige Fragen, mit deren Hilfe Sie die Flexibilität Ihrer Unterrichtsplanung überprüfen können Apostroph Punkt Was machen Sie, wenn die von Ihnen geplanten Übungen und Aktivitäten LDNGER Dauernell schneller bearbeitet sind, als Sie geplant haben? Was machen Sie, wenn eine Aufgabe, die Sie vorgesehen hatten, sich als zu schwer Für, fast, alle Ihre Lernenden erweist? Was machen Sie, wenn plötzlich der Strom ausfüllt, keine Kreide vorhanden ist, o, a Was machen Sie, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler sich für ein Thema, das Sie Vorbereitet haben, überhaupt nicht interessieren und Sie den Mund nicht aufmachen? 1.7 Zusammenfassung Deutsch zu unterrichten ist eine Aktivität, die professionell geplant werden muss, damit Der Unterricht Erfolg hat In dieser Einheit haben Sie gelernt, wie man Unterrichtsstunden Systematisch Plant Sie wissen nun auch, dass Sie vor der eigentlichen Planung der Unterrichtsstunde Einiges über Ihre Lerngruppe, Ihre Arbeitssituation und Ihr Kurstragendes Lehrwerk wissen sollten Auch wie Sie diese Unterrichtsplanung tabellarisch in Form einer Lehrskizze darstellen Konnen, haben Sie in dieser Einheit gelettet Bei Ihren Lehrversuchen und Lehrproben müssen Sie eine Lehrskizze vorlegen Auch wenn Sie Hospitanten im Unterricht haben, sollten Sie ihnen eine Lehrskizze vorlegen Eine richtige Lehrskizze ist eine Art Gedachtnissstutze für Sie, wenn Sie neu in dem Beruf des Deutschlehrers bzw. der Deutschlehrerin sind Anhand verschiedener Planungsmodelle haben Sie gelett, woran Sie bei der Unterrichtsvorbereitung denken müssen Das Wichtigste ist das Lernziel der Stunde, das Sie als erstes formulieren sollten Ihre Unterrichtsplanung ist dann vollständig, wenn Sie den Unterrichtsprozess in sinnvolle Phasen eingeteilt und für jede Phase die entsprechenden Teillernziele und Aktivitäten festgelegt haben Sie haben gelernt, dass jede Phase ein eigenes Lernziel Eigene Lernaktivitäten, Sozialformen, Materialien, Medien und Hilfsmittel sowie Lehreraktivitäten hat Sie haben auch gelernt, dass der Unterricht in vielen oder sechs Hauptphasen eingeteilt werden kann, die den Lernprozess abbilden Dies sind Einfuhrung Präsentation Semantisierung Bewusstmachung Oben Anwendung und Transfer Nicht alle Unterrichtsphasen müssen in einer einzigen Unterrichtsstunde vorkommen Die Phasen Semantisierung und Bewusstmachung sowie Uben Anwendung können auch zusammengefasst werden, aber in Ihrer Unterrichtsplanung sollten diese sechs Schritte deutlich erkennbar sein Ferner haben Sie in dieser Einheit gelernt, was alles wichtig ist, ohne einen zielgruppengerechten Unterricht zu erteilen Es darf nicht vergessen werden, dass die Lehmenden im Mittelpunkt bei der Unterrichtsvorbereitung stehen Das erfordert von Ihnen als Lehrenden eine gewisse Flexibilität Vielen Dank Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Updates Wir sehen uns im nächsten Kapitel